Ja, hallo, hallo, Hallöchen. Guten Morgen hier bei StreamBeam von Global Chase, sofort bei Castron TV. Heute heißt es Wasser, Privatisierung, nein, danke, hier am Pariser Platz. Ja, wenn ihr das hören könnt, wäre ich sehr froh. Hier wird gerade ein Soundcheck gemacht an der Bühne, deswegen müssen wir ein bisschen mehr schreien. Ja, ich habe ja auch gleich jemanden vom Wassertisch. Worum geht's bei der Sache? Hallo, ich bin Marius, ich komme von Mehr Demokratie und wir haben in den vergangenen Jahrzehnten gemerkt, dass viele Privatisierungen stattgefunden haben und die Bürgerinnen und Bürger sehr enttäuscht waren, dann auch sehr unzufrieden, die Qualität wurde schlechter, man konnte nichts mehr kontrollieren und wir haben jetzt einfach gesagt, wenn Privatisierungen in Zukunft stattfinden, dann müssen die Bürgerinnen und Bürger auch zustimmen. Deshalb haben wir einen Aufruf für ein Privatisierungsreferendum in Berlin gestartet. Das Abgeordnetenhaus ist in der Mehrheit dafür, nur die CDU ist noch dagegen, deshalb müssen wir den Druck von der Straße erhöhen und deshalb möchte ich Sie bitten, diesen Aufruf hier zu unterschreiben. Ich finde ihn noch online auf unserer Website unter www.mehr-demokratie.de. Dankeschön.